Und wir sind wieder zurück bei Let's Play World of Warcraft in Talador, um genau zu sein, in Talmor. Und ich werde jetzt nochmal versuchen, bzw. ich dachte, ich werde es tun, aber wie ich gerade sehe, ist es schon ausgelaufen. Ich wollte jetzt eigentlich noch in Zeitwandler-Dungeon gehen, aber leider ist es schon um 23 Uhr, ja, beendet worden. Das heißt, vor 8 Minuten hätten wir uns noch anmelden können, nun jetzt leider nicht mehr. Von diesem Bonus-Ereignis hier mit den Aspekts des Kristallen würden wir nicht wirklich profitieren, bzw. wir würden definitiv nicht davon profitieren. Das kann ich ganz klar sagen an dieser Stelle. Na gut, dann versuche ich jetzt einfach mal hier die entsprechenden Quests zu erledigen. Aber wartet, Wasserelementar beschwören. So viel Zeit muss sein. Warum war denn jetzt Eiseskälte auf Cooldown? Habe ich das gerade benutzt? Unbewusst? Wahrscheinlich. Ich weiß gerade gar nicht genau, was ich hier machen soll. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal alles freezen. Ah, sehr schön. Direkt erstmal zwei Procs. Was will man mehr? Ja, so. Einwohner-Verzeichnis von Talmor. Ich das hier? Ja. Zack. Kein Vergessen. Blattschatten. Muss ich da mal gucken. Komm. Cast mich hier nicht voll. Ich glaube, ich bin im falschen Buch hier. Und hier sind zwei Items. Unter anderem auch ein Crab-Item, was aber richtig viel Gold bringt. Ein Grund mehr, da gleich mal hinzugehen. Aber erstmal jetzt hier die... Ja, komm. Ab und zu muss ich auch einfach mal so die Frost-Orbe aushauen. Zack. Zack für dich. Und was soll ich jetzt hier machen? Ah, ne. Das ist... Blattschatten ist, äh... Ist hier dieses Gebäude gemeint, ne? Oder sehe ich das jetzt komplett falsch? Das sind übrigens hier wieder Anläs-Viecher. Die mit Pets rumrennen. Also ein absoluter Albtraum. Wenigstens auch, ne. Ich dachte, der Leerwandler kann nix. Aber dann habe ich irgendwas anderes gerade erledigt. Was so in einer kleinen Explosion hochgegangen ist. Na gut. Ne, alles. Alle... Alle Hexenmeister hier, alle Dämonenbeschwörer. Aber sonst würden sie halt auch nicht Dämonenbeschwörer heißen. Besitzen eins von diesen dämlichen Pets. Mal ist es ein Leerenwandler, mal ist es ein Dämonischer Beobachter. Ich überlege gerade, ob der Hexenmeister von heute tatsächlich auch so einen Dämonischen Beobachter beschwören kann. Früher waren es ja wirklich nur diese drei. Succubus, Leerenwandler und, äh... Wichte. Oder habe ich jetzt irgendwas gerade vergessen? Gebt die Smogbomb auch nochmal weg. Wow, die ist auf jeden Fall von einer massiven Fläche, ey. Jetzt muss ich eine Frostoption, weil ich sonst gleich draufgehe. Boah, das ist echt hart. Das ist echt hart. Diese dämlichen... Diese dämlichen... Fuck. Alter. Natürlich kommt dann direkt dieser Zerstörer an. Aus der grünen Void sollte ich vielleicht mal rausgehen. Sieht nicht gesund aus. Oh, shit. Oh. Und natürlich kriechen auch die Teufelsstachel ab. Ja. Es wäre alles so viel einfacher, wenn ich Level-G benutzen würde. Obwohl, ich will mich nicht beschweren. Es ist ja schon ziemlich einfach. Früher wäre dieses Chaos, was ich gerade veranstaltet habe, schon ein... Schon 20 Mal... Ähm... 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 Damals im Teufelswald. Ich mit meinem Krieger. Bootwell. Zack. Ein Ad. Erledigen. Krieger. Zack. Und direkt wieder essen und trinken. Beziehungsweise in diesem Fall nur essen. Leben regenerieren. Nach jedem verdammten Ad musste ich neu Leben regenerieren. Gut, ich war Anfänger. Ich kannte mich mit den Gegenden überhaupt nicht aus. War absolut überwältigt von der Größe und dem Umfang von World of Warcraft. Aber nichtsdestotrotz, so die simpelsten Mechanismen, die habe ich schon beherrscht. Ja, die simpelsten Mechanics. Ja, und ähm... Trotzdem musste ich nach jedem Atom-Teufelswald essen. Das ist unvorstellbar. Stellt euch mal vor, ihr müsstet, also die neuere Generation, also an alle, die, keine Ahnung, WoW noch nicht zu Klassik gespielt haben, ihr müsstet nach jedem Mob was essen. Da würdet euch auch nur denken, what the fuck? Was will dieses Spiel von mir? Ja? Einfach nur den Kopf schütteln und sagen, leck mich. Aber so war es damals. Und wir haben es geliebt. Das muss man dazu auch nochmal sagen. Nichtsdestotrotz, äh... Nichts, äh... Nicht umsonst wünschen sich viele Leute die Zeit von Klassik wieder. Aber, das habe ich auch schon mehrmals gesagt, ich gehöre da nicht dazu. Ja, weil ich meine... World of Warcraft hat sich verändert. Zum Positiven, zum Besseren. Habe ich auch schon 20 Mal drüber geredet. Oh, hier ist irgendwo... Ein Rahmob, da oben müsste er sein. Müssen wir einfach mal hier den Fahrstuhl benutzen. Eigentlich müsste der mich zerquetschen, tut er aber nicht. Wäre wohl zu viel Aufwand für ein MMO-PG. Na, da ist es halt nicht schön. Komm, kriegst du auch direkt die Wächterkugel, die Blitzkugel ab. So, wenn er mich jetzt natürlich gleich nach vorne schleudert... Das sollte ich vielleicht, äh... Tut er aber nicht. Aber er macht so einen komischen Teufelsluss. In den er sich jetzt selber hineinversetzt hat. Okay. Das war schon hinüber. So, ist hier noch was? Oh. Kinder. Dräneikinder. Wir sind alles, was von Thelmo übrig geblieben ist. Ihr seid hier willkommen. Und sie hat hier versucht, mit dem Dolch ihr Leben da zu geben, um diesen Lomark-Kieferbrecher von den Kindern fernzuhalten. Also, gerade die Entwickler von World of Warcraft, die für die Storyline verantwortlich sind, haben schon einen ganz schönen Hang für das Dramatische. So, und hier unten ist Toll Ressa, die wir bestimmt nachher noch erledigen müssen. Oder aber, sie ist einfach nur hier, um tatsächlich... Um tatsächlich... Shit, 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 shit. Um tatsächlich diese Kiste hier zu bewachen. Ah. Irgendwie mit das Gefühl, wir machen weniger Damage. Oder die hat einfach mehr aus. Ich weiß es nicht. Komm. Gib den Löffel ab. Dankeschön. Gab übrigens auch nochmal 17.000 Erfahrungspunkte. So. Fackel der Auchenai. Verwendet die Fackel der Schmiede, um viele Leichenberge in Telmot zu entzünden. Fackel der Schmiede. Dann müssen wir als erstes mal in die Schmiede und uns dort die Fackel holen, was? Na, wo ist die Schmiede? Oh oh. Wenn das mal kein Fehler war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Fehler war. Fuck. Fuck. Oh my gosh. Das war ein Fehler. Was denke ich mir auch? Ich bin kein Feuermage mehr. Ich sollte mal echt mal wieder Feuermage spielen, glaube ich. Da konnte ich dann immer alles toller doll zusammenpulen. Zwei Milliarden Viecher und die haben sich dann einfach immer selber in die Luft gesprengt. Soll ich mal wieder Feuerspec ausprobieren? Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Das ist einfach für spontane Situationen für den Burst. Das ist einfach der Frostmage besser. Haben wir ja mehrmals schon in Instanzen ausprobiert. Dass man einfach mit als Frostmage mehr Schaden macht. Hier müsste jetzt eine Fackel sein. Ja, ist es auch. Und das da sind diese Leichenberge. Bin ich jetzt gerade blind? Wo ist diese dämliche Fackel? Bin ich blind? Ich bin blind. Ich bin blind. Fackel. Also, ich muss da rechts klicken drauf. Komisch. Dann habe ich es einfach nicht im Inventar. Ganz merkwürdig. Ist mir egal. Ich ignoriere die jetzt. Ich zünde einfach die Leichenberge an und dann mache ich das so wie damals in Stratholm. Hi. Oh. Nein, 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 nein. Komm schon. Das kann ja wohl jetzt nicht dein Ernst sein. Let me in Ruhe. Jawohl. Meine Fresse. Und vanish. Uh. Uh. Nein, wieso ist der denn noch da? Ich bin so tot. Oder auch nicht. Alter. Mann. Das ist ja wohl nicht mehr feierlich hier. Diese Gegend ist mordsgefährlich. Die ist richtig schweinige fett. Und die folgen mir immer noch. Ich bin immer noch im Kampf, ne? Ich bin immer noch im Kampf. Guck mal, da hinten kommen sie noch. Unglaublich, wie weit die chasen, ne? Wenn man sie dann aber zusammen pullen möchte. Oh, der killt mich doch gleich. Wenn man sie dann aber zusammen pullen möchte, nicht chasen, zusammen pullen möchte, um sie dann im Cleave umzahauen, dann resetten sie nach fünf Minuten. Ja, wieder typisch. Und hier gibt's keine Folge, das kann ja nicht sein. Set impossible. Keine Folge-Quest? Okay. Muss sagen, dass mich das jetzt verwundert. Aber egal. Kümmer ich mich jetzt hier halt in Sokras Sturz um das Bonus-Ziel. Und sehe gerade, dass auch diese Viecher wieder ziemlich viele Leben haben. Zu viele für meinen Geschmack. Ach, guck mal eine an. Die greifen wir einen auch an, obwohl man normalerweise am Anfang auf deren Seite stand hier. Jetzt kann ich das Viecher wieder freigeben. Und da ist der Ramob. So, Vanish. MMM, 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 MMM. Wo ist denn mein Element? Ach, ich kann es nicht beschwören, es hat Cooldown. Aber das ist auch blöde, ne? Aber die haben echt 60 Chancen. Leben die Viecher hier? 60? Frickin? 1000? Meine Güte. Das ist wirklich nervig. Na gut. Liebe Leute. Ich mach hier dennoch erstmal kurz ne Pause. Wir hören uns beim nächsten Part wieder und dann mach ich hier dieses Bonus-Ziel weiter und dann kümmere ich mich auch um den Ramob. Im Gegensatz zu früher muss ich mir jetzt ja mittlerweile keine Gedanken mehr machen, dass der Ramob irgendwie weg sein könnte, wenn ich mich hier wieder einlogge. Weil sie ja immer da sind. Gut. Wir hören uns beim nächsten Part. Macht's gut. Ciao.